Mensch, ist das ein riesiger Park. Ja, Eggman könnte überall sein. Das könnte ich wohl, aber momentan stehe ich genau hinter diesem Generator. Gut so, Igelchen. Bleib schön da stehen und spiel Zielscheibe für Miss. Hales, diese Summen, bist du das? Sonic, pass auf! Hales! Hales! Hales? Der ist jetzt fein, Kugel. Was hast du mit ihm gemacht? Nicht gar nichts. Es sei denn, die Tatsache, dass ich meinen mit Alien energiebetriebenen Gedankenkontrollstrahl auf ihn abgefeuert habe, ist irgendwie relevant. Ist sie das? Um an mich ranzukommen, mussten wir zuerst meinen besten Freund vornehmen. Das wäre viel besser gelaufen, als ich gehofft hatte. Und das mit einem kleinen Prototyp. Freut mich, solange du noch kannst. Oh, keine Sorge. Aber euch beide gegeneinander kämpfen zu sehen, wäre das die Tüpfelchen. Komm schon, Tails. Das reicht jetzt. Du willst das doch gar nicht. Hast du... Tate, Junge, bist du okay? Hm? Wo bin ich? Woher kommt dieses Kitzeln in meiner Nase? Miese, billige Alien-Energie. Hier ist der Saft ausgegangen. Tja, da muss Nachschub her. Eine ganze Menge. Und dann ist nicht nur ein kleiner Wengel in meiner Macht, sondern das ganze Universum. In der Zwischenzeit wünsche ich euch viel Spaß im Park mit eurem persönlichen Reiselein. Ja, mit der Kohle, Tails. Ich habe doch gleich gesagt, dass ihr einen bösen Plan schmiedet und wir hier richtig sind. Da hast du es. Direkt aus erster Hand. Aber wir haben nicht gewettet. Mist. Wir haben nicht gewettet.